Hallo YouTube, willkommen zu Potential und Konservativität. Heute wollen wir endlich das mysteriöse Potential einführen. Und dazu schauen wir uns den einfachsten Fall an, in dem es so ein Potential gibt. Und zwar, wenn wir einen Ball hochheben. Wenn wir einen Ball hochheben, dann hat dieser Ball aufgrund seiner Lage eine bestimmte Lageenergie oder auch potenzielle Energie. Diese potenzielle Energie ermöglicht es dem Ball, zum Beispiel runterzufallen und dann währenddessen eine Kraft zu verrichten. Er kann dann beim Auftreffen zum Beispiel auch auseinanderbrechen oder sonst was machen. Das heißt, er hat eine bestimmte Energie, eine potenzielle Energie gehabt. Die Frage ist, wie groß ist diese potenzielle Energie? Wie groß ist die Kraft, die der Ball aufgrund der potenziellen Energie wirken kann? Und die Antwort liegt daran, wie hoch wir denn den Ball gehoben haben. Wenn wir den Ball nur 2 cm hochgehoben haben, kann er viel weniger beschleunigen, als wenn wir den Ball 100 cm hochgehoben haben. Das heißt, die Energie ist proportional zur Höhe selber. Das heißt, wie viel Kraft können wir aufgrund der Energie ausüben, hängt davon ab, wie hoch wir ihn gehoben haben, den Ball. Wenn wir also Energie proportional zur Höhe als unseren Ansatz nehmen, dann erhalten wir als Formel, Energie ist gleich Kraft mal Höhe. Und in dem einfachen Fall, wo die Kraft die Gravitationskraft, also m mal g ist, Masse mal Gravitationsbeschleunigung, erhalten wir, dass unsere Energie die m mal g mal h gegeben ist. Eine Formel, die ihr vielleicht schon kennt. Die wirkliche Definition des Potenzials ist aber schwieriger. Und es gibt einige Schritte, wie wir von einer Kraft zur wirklichen Kraft kommen wollen. Und zwar, was fehlt uns hier noch? Uns fehlen die Abhängigkeiten von Ort, Geschwindigkeit und Zeit, die eine Kraft nach dem Newton'schen Stimmtheitsprinzip haben darf. Und uns fehlt, dass die Kraft eigentlich ein Vektor ist. Fangen wir also an mit dem Vektor, weil das ist eigentlich das Einfachste der Sachen. Die Idee ist folgende. Wir sammeln die Kraft entlang des Weges auf und speichern sie dann in unserer potenziellen Energie. Das heißt, wenn wir uns entlang eines Weges R hier vorne bewegen und die Kraft nicht genau dazu parallel ist, sondern irgendwie schräg dazu steht, dann müssen wir uns die Kraft entlang des Weges anschauen. Nicht die Kraft, die irgendwo zum Ars der Welt hinschaut, sondern die Kraft, die zum Weg gehört. Und das bezeichnet man mathematisch als die Projektion der Kraft auf diesem Wegvektor. In unserem Fall ist das dann ER mal F. Das ist unsere Projektion der Kraft auf diesem Weg. Weg. Unsere Energie sollte also aussehen von wegen Weg mal Kraftteil, der auf die Wegrichtung zeigt. Das heißt, das ist Kraftteil der Wegrichtung und das ist Weg. So, Weg mal Wegrichtung können wir zusammenfassen in dem Wegvektor. Das ist dieser Vektor hier vorne. Das heißt, das oben sieht schon fast so aus wie das hier unten, nur dass da oben noch ein Minuszeichen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat dieses Minuszeichen jetzt Aufsicht? Was soll das für ein Minuszeichen sein? Die Antwort auch hier relativ simpel. Überlegen wir uns nochmal die Gravitationskraft. Wir bewegen ein Objekt nach oben. Unser Weg ist nach oben. Unsere Kraft zeigt nach unten. Sie will uns nach unten ziehen. Wir erhalten hinterher eine positive Energie, wenn wir hier oben sind. Wenn wir jetzt einfach nur Ort mal Kraft nehmen würden als Vektorskalarprodukt, dann ist das hier, Skalar mit dem hier, irgendeine negative Größe. Eine nach unten zeigende Größe. Das ist problematisch. Eine negative Größe. Oh nein. Unsere Energie sollte doch eine positive Größe sein. Und das liegt daran, weil das, was nur mit R mal F hier vorne steht, ist die an dem System verrichtete Energie. Wir haben den System Energie entnommen, weil wir den Ball hochgehoben haben. Wir haben dem System Energie geklappt. Die Energie, die aber im Ball selber liegt, ist genau dazu gegensätzlich. Die Energie, die im Ball selber liegt, ist minus R mal F. Es gibt aber immer noch ein Problem. Unsere Kraft muss hier immer noch konstant sein. Wir haben zwar jetzt hingekriegt, dass sie vektoriell ist, aber sie muss immer noch konstant sein. Und da gibt es jetzt den nächsten Schritt. Wenn wir jetzt irgendeinen beliebigen Weg haben, und wir sagen einfach mal, wir haben da jetzt irgendwelche diskrete Schritte, das heißt irgendwelche einzelnen unterscheidbaren Schritte hier vorne, denen wir jeweils auf dem geraden Weg mit einer konstanten Kraft gehen, und dann verändert sich unsere Kraft auf einmal, dann würden wir ja relativ einfach wissen, dass wir einfach alle einzelnen Energiebeträge addieren müssten. Das heißt, wir nehmen einfach die Summe aller einzelnen Energiebeträge und erhalten deswegen den Gesamtenergiebetrag. Was passiert aber jetzt, wenn wir statt uns einfach diskret zu bewegen, wir uns kontinuierlich bewegen? Das heißt, anstatt einzelne unterscheidbare Schritte zu haben, haben wir ganz viele, unendlich viele, unendlich kleine, ganz kurze Schritte. Ganz, ganz, ganz viele, ganz, 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 ganz kurze aneinanderliegende Schritte. Was passiert dann? Dann wird aus einer solchen Summe im Limes Continuum ein Integral. Das ist fast schon die wirklich mathematische Bezeichnung, den Limes Continuum von einer Summenformel zu bilden. Und was das heißt, ist, dass wir einfach unsere Summe durch ein Integral austauschen. Denn das Integral ist nämlich die Summe über infinitesimal kleine Schritte. Jetzt müssen wir noch eine Sache klarifizieren oder klarstellen. Und zwar, wenn wir vorher über richtige Schritte gegangen sind, haben wir jetzt infinitesimal kleine Schritte. Und das sollten wir auch irgendwie zeigen, also denotieren. Und das macht man, indem man hier vorne noch ein kleines d dran schreibt. d steht für die meisten Mathematiker und Physiker immer für was ganz Kleines. Das heißt, aus den Summen von f mal r mit Minuszeichen davor wird jetzt das Integral über f dr mit Minuszeichen davor. Das heißt, unser Potenzial ist jetzt erst einmal definiert als das Potenzial an einer Stelle r hier vorne ist Minus das Integral von einer Stelle r0, über die ich gleich noch etwas sagen werde, zu genau dieser Stelle r, wo wir hinwollen, von Kraft dr. Und hierbei darf die Kraft schon vom Ort abhängen. Da wir unendlich kleine Schritte gemacht haben, können wir jetzt mit einbeziehen, dass die Kraft an jedem unendlich kleinen, unterschiedlichen Ort unterschiedlich sein kann. Das ist der große Erfolg. Zu dem Ort hier unten wollte ich noch etwas sagen. Das ist der sogenannte Potenzialursprung oder auch der Nullpunkt des Potenzials. Denn wenn wir das Potenzial an dieser Stelle r0 ausrechnen wollen, dann integrieren wir von r0 bis zu genau dieser Stelle. Das heißt, wir haben uns gar nicht vom Ort weg bewegt. Das heißt, wir konnten auch keine Kraft aufsammeln über die Strecke, weil es gar keine Strecke gibt. Das heißt, unser Potenzial an diesem Ort r0 ist einfach 0. Deswegen heißt es der Nullpunkt. Und der wird oftmals bei zum Beispiel 0 gesetzt, zum Beispiel bei 1 gesetzt in irgendwelchen verschiedenen Einheiten oder zum Beispiel nach unendlich geschoben. Wir werden aber den Potenzialursprung jedes Mal, wenn wir ein Potenzial einführen, nochmal explizit nennen müssen. Dann werden wir nochmal sagen, das hier vorne soll jetzt unser Ursprung sein. Es gibt aber leider ein Problem. Ein klitzekleines Problem an dieser Formel. Oder es gibt sogar zwei Probleme. Und zwar, diese Definition des Potenzials ist nicht eindeutig. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Katastrophe ist, wenn etwas nicht eindeutig ist. Das heißt nämlich, dass wir für einen einzigen Punkt zwei Potenziale definieren können. Und das ist immer ein Problem. Und ich werde euch jetzt zeigen, warum. Zuerst einmal wollen wir aber versuchen, einzuführen, was passiert, wenn wir hier noch die Geschwindigkeit zusätzlich zulassen. Und das wird uns zu dem Konzept der Konservativität führen. Fangen wir an damit, dass wir die Geschwindigkeit bei den Kräften zusätzlich noch zulassen. Und wir sehen direkt, wenn die Geschwindigkeit ein Teil der Variablen der Kraft ist, dann hängt unsere Kraft von der Geschwindigkeit ab. Das heißt, es gibt zwei Fälle zum Beispiel. Wenn wir von A nach B auf dem direkten gleichen Weg bewegen, dann macht es einen Unterschied, ob wir uns mit einer kleinen oder einer großen Geschwindigkeit bewegen. Wegen wir uns mit einer kleinen Geschwindigkeit ist zum Beispiel unsere Kraft klein. Und wegen wir uns mit einer großen Geschwindigkeit ist zum Beispiel unsere Kraft groß. Das würde in den Integralen aber dazu führen, dass unser Potenzial auch dementsprechend klein ist oder unser Potenzial dementsprechend auch groß ist. Das heißt, das Potenzial an dem Punkt B ist gleichermaßen klein, gleichermaßen groß. Das heißt, es ist nicht eindeutig. Es hängt davon ab, wie wir von A nach B kommen, um zu definieren, wie das Potenzial an einem Punkt, an dem Punkt B selber, aussehen soll. Da man nicht feststellen kann, ob es einen richtigen oder einen falschen Wert zwischen diesen beiden gibt, denn es gibt nicht wirklich eine richtige oder falsche Geschwindigkeit für ein Objekt, das Objekt hat nun mal eine Geschwindigkeit, müssen wir sagen, dass es uns leid tut, aber dass wir das Potenzial so nicht definieren können. Das heißt, eine notwendige Bedingung ist, dass unsere Kraft nicht von einer Geschwindigkeit abhängt. Und eine Kraft, die von der Geschwindigkeit abhängt, nennen wir dissipativ. Ein Teil des Systems verlieren wir, disziplieren wir. Dissipieren heißt verlieren. Das heißt, die dissipative Kraft ist die Kraft, wo wir etwas Potenzial sozusagen an die Umgebung verlieren, dadurch, dass wir diese Geschwindigkeit mit drin haben. Und das ist problematisch, weil dann kann das Potenzial nämlich jeweils anders sein, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit wir von A nach B kommen. Um also eine gemeine, allgemeine Definition unseres Potenzials zu haben, müssen wir fordern, dass unsere Kraft nicht von der Geschwindigkeit abhängt. Wir haben aber noch eine zweite Forderung. Die zweite Forderung ist, dass die Rotation der Kraft nicht Null ist. Bevor wir jetzt aber wirklich in die Mathematik gehen, lasst uns anschauen, warum. Und zwar, wenn wir ein Punkt A hier vorne und ein Punkt B haben, und statt mit verschiedenen Geschwindigkeiten von A nach B zu gehen, über verschiedene Wege von A nach B gehen, sollte trotzdem das Potenzial an Punkt B nicht davon abhängen, wie wir da hingekommen sind. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn unser Weg hier vorne kurz ist, dann ist möglicherweise auch dieses Integral hier vorne klein. Und wenn der Weg lang ist, ist möglicherweise auch dieses Integral groß. Das heißt, das Potenzial würde wieder davon abhängen, welchen Weg wir benutzen. Es gibt aber eine wunderschöne Sache in der Mathematik. Und das ist der Satz von Stokes und seine Forderung. Und eine seiner Forderungen ist, dass die Integrale über alle Wege mit gleichen Anfangs- und Endpunkten gleich sind, wenn die Rotation der Funktion, über die wir integrieren, Null ist. Und dazu verweise ich euch gerne zu meinem Video, in dem ich über Gauss und Stokes-Sätze geredet habe, habe ich genau diesen Satz sogar bewiesen. Also was heißt es nun, für eine Funktion konservativ zu sein? Für eine Funktion konservativ zu sein, um genau zu sein, für ein Vektorfeld konservativ zu sein, brauchen wir zwei Bedingungen. Es darf nicht von solchen dissipativen Größen, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit abhängen. Und die zweite Forderung ist, die Rotation von dieser Funktion, von diesem Vektorfeld, muss Null sein, auf dem gesamten Gebiet. Das sind unsere zwei Forderungen für Konservativität. Es darf nicht dissipativ sein, zum Beispiel von der Geschwindigkeit abhängen, und die Rotation muss Null sein. Wenn das beides der Fall ist, das heißt wir haben Rotation, Rotation F ist gleich Null, und es hängt nicht von der Geschwindigkeit ab, dann können wir das Potenzial definieren, nach der Definition mit dem Integral. Jetzt sollte ich aber noch eine kleine Sache dazu sagen. In der Mathematik steht es meistens so hier vorne da. Konservativ ist Equivalent zur Rotation F ist gleich Null. Das steht aber aus folgendem Grund da. Und zwar wird hinter das F meistens schon die Abhängigkeit mit reingeschrieben. Da steht dann F von R, oder in manchen Büchern vielleicht sogar F von R und T. In den meisten aber einfach nur F von R. Und damit wird explizit schon gesagt, dass es eigentlich nicht von R Punkt abhängen sollte, damit das Ganze konservativ ist. Also, die letztendliche Definition unseres Potenzials ist, das Potenzial, was vom Ort und jetzt sogar noch zusätzlich der Zeit abhängen darf, ist gleich minus das Integral von dem Potenzialursprung bis zu unserem Ort, wo wir hinwollen, von unserem Kraftfeld, das von Ort und Zeit abhängen darf, integriert über diesen Weg. Und diese Definition ist sogar eindeutig, da wir voraussetzen, dass die Kraft nicht von der Geschwindigkeit abhängt und da wir voraussetzen, dass diese Kraft rotationsfrei ist. Das heißt, die Rotation dieses Käftefelses Null ist. Man kann nun relativ mathematisch zeigen, dass wenn wir die Ableitung in die verschiedenen Richtungen gezeigt durch so einen NABL-Operator hier vorne von diesem Integral bilden, dann ist das wie nach dem ersten Hauptsatz der Integral- und Differenzialrechnung. Wenn wir ein Integral wieder ableiten, erhalten wir wieder unsere Ausgangsfunktion zurück. Genauso ist das auch hier. Wenn wir unser Integral, also unser Potenzial, ableiten und das Minuszeichen hier vorne wieder reinschreiben, dann erhalten wir unsere Kraft zurück. Das heißt, falls wir ein Potenzial gefunden haben, finden wir immer direkt die Kraft. Und falls wir eine richtige Kraft haben mit den richtigen Bedingungen, finden wir auch immer ein Potenzial. Das heißt, man kann von beiden Äquivalent sprechen in den richtigen Systemen. Das heißt, wenn wir uns konservative Systeme anschauen, ist es egal, ob wir über das Potenzial oder über die Kraft reden. Wir werden aber sehen, dass es in den meisten Anschauungen viel besser, leichter und schöner ist, wenn wir, statt über die Kraft zu reden, über das Potenzial reden. Eine letzte Sache noch. Ihr habt euch vielleicht gewundert, oh, das sah mir aber seltsam aus mit dem Minus-Ableitung von V. Und ich zeige euch mal eben, warum das Sinn macht. Schauen wir uns einen Berg an. Und dieser Berg ist jetzt ein Potenzialberg. Hier oben haben wir viel Energie, weil wir auf dem Berg draufstehen und wir haben die Möglichkeit runterzurollen. Und hier unten haben wir wenig Energie, weil wir nicht die Möglichkeit haben, raufzurollen. Jetzt haben wir hier vorne eine Steigung. Diese Steigung wird beschrieben durch den Gradienten von V. Das hier vorne ist V. Und der Gradient von V ist diese Steigung. Das heißt, es geht hier vorne hoch. Jetzt frage ich euch, in welche Richtung wirkt eine Kraft auf ein Objekt, was auf dieser Steigung liegt? Wird dieses Objekt hochbeschleunigt oder runterbeschleunigt? Nein, die Antwort ist relativ offensichtlich. Es fällt hier runter. Rollt hier runter. Also insofern macht es schon Sinn, dass die Kraft das Objekt nicht in die Richtung des Gradienten beschleunigt. Das wäre nämlich in die Richtung, wo es ansteigt, sondern die Kraft will es immer zu einem niedrigen Energiestand bringen. Das heißt, es läuft immer in die negative Richtung des Gradientens. Okay, das war es soweit. Ich hoffe, der Herleitung konntet ihr schön folgen. Ich hoffe, ihr habt euch die Formel wenigstens vom Ansatz her so ungefähr veranschaulicht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss.